Wie heisst Madonna mit vollem Namen? Madonna, Luise... Maria, Ciccone. Ciccone, aber sie heisst noch etwas zwischen denen. Ich kenne sie nur als Madonna. Maria, Luise, Veronica, Ciccone. Wie alt wird Madonna? 40. 50. Ah ja, genau, 50. Madonna is la bonita. Na, 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 na. In welchem Team war sie in der Schule? Ich denke, leicht Athletik, nicht Cheerleader. Cheerleader. Cheerleader ist richtig. Cheerleader, okay. Darum kenne sie so gut. Like a bird. Was kann Madonna immer noch nicht? Singen. Nein, sie ist eine Rock-Ikone. Aber ich habe gelesen, sie kann Gitarren spielen und Schlagzeug spielen. Sie hat es zumindest mal gelernt. Und jetzt Vogue. Will ich noch nach zehn Minuten noch einmal anrufen? Sorry. Das war's.